Das ist Gordo. Eigentlich hat er alles, was er braucht, nur Zeit hat keiner für ihn. In einem günstigen Moment büxt er aus und landet nach einer abenteuerlichen Reise in der Fremde. Dort herrschen raue Sitten. Hier stößt Gordo auf Hunde, die ohne einen Gassigeher Autos hinterherhetzen oder den Briefträger jagen. Die Stadt wird beherrscht von einer wilden Straßenmeute. Auch wenn Gordo hin und wieder Glück hat, die Hunde wollen ihn hier nicht haben. Wo immer sie ihn treffen, wird er gejagt. Bis in die Wildnis am Ende der Welt. Gordos Geschichte beginnt in Buenos Aires. Mehr als zwölf Millionen Menschen leben im Großraum dieser Stadt. Ein Schmelztiegel des Lebens. Einigen bietet diese Stadt ein bescheidenes Einkommen, anderen ein Leben im Überfluss. Viele Menschen haben nicht mal ein Dach über dem Kopf. Sie teilen sich die Straßen und Parks mit über drei Millionen Hunden. Und genauso wie die Obdachlosen kämpfen sie ums Überleben. Andere hingegen leben in Saus und Braus, so wie Gordo. Hier gibt's gerade mal wieder Futter, damit ich die Klappe halte. Wahrscheinlich Leberpastete. Na klar, Leberpastete. Immer der gleiche Paps. Sein Frauchen hat ihn liebevoll Gordo genannt, was so viel wie der Dicke heißt. Erstklassiges Futter und das sichere Dach über der Schnauze ist die eine Seite des Schlaraffenlandes. Fehlende Aufmerksamkeit, die andere. Die Gesellschaft und Treue der Vierbeiner wird gerne entgegengenommen. Doch ihre Bedürfnisse und Empfindlichkeiten werden von ihren Besitzern oftmals falsch verstanden oder ignoriert. Für ihren täglichen Auslauf sorgen andere. Hey, jetzt geht's Gassi. Paseadoren werden die Leute genannt, die vielbeschäftigten Besitzern die Last des Gassigehens abnehmen. Sie verschaffen den Hunden, die oftmals in viel zu engen Stadtwohnungen leben, eine willkommene Abwechslung. Paseador zu sein, ist ein lohnender Job und ein boomender Geschäftszweig in Buenos Aires. Für die kleineren Hunde ist es nicht einfach, mit den großen Kerlen Schritt zu halten. Aber als Belohnung winkt freier Auslauf im Hundepark. Hier können sie ihren Jagdinstinkt ausleben und Gordo macht auch gleich Gebrauch davon. Eine kleine Unaufmerksamkeit, die für Gordo nicht ohne Folgen bleibt. Sich im Labyrinth einer Millionenstadt zurechtzufinden, ist nicht leicht. Schon gar nicht für einen Hund. Ach, also so langsam kriege ich aber Hunger. Da heißt es bei der Futtersuche immer der Nase nach. Auch wenn der erste Weg direkt in eine Falle führt. Der Trucker ahnt nichts von seinem blinden Passagier. Für ihn ist es ein einsamer Weg, der ihn über 3000 Kilometer durch Patagonien führt. Argentinien ist ein Land mit immensen Ausmaßen. Seine Fläche ist achtmal so groß wie Deutschland. Gordos Geruchssinn hat ihn nicht getäuscht. Sein fahrendes Gefängnis erweist sich als das reinste Schlaraffenland. Aha, jetzt passiert was. Na jetzt aber nix wie raus hier. Der Zielort der Reise heißt Ushuaia, die Hauptstadt von Feuerland, der südlichsten Provinz Argentiniens. Ushuaia ist zugleich auch die südlichst gelegene Stadt der Erde. Man nennt diese Gegend hier auch das Ende der Welt. Ushuaia ist eine kleine Stadt, in der es genau wie in Buenos Aires Reiche und Arme gibt. Und genauso prägen auch hier Straßenhunde das Stadtbild. Nicht ungefährlich für einen verwöhnten Hund, aber es gibt auch eine ganze Menge Neues zu entdecken. Gordo fühlt sich hier in seinem dicken Fell wesentlich wohler als im heißen Buenos Aires. Die Durchschnittstemperaturen liegen in Feuerland im Sommer bei ca. plus 12 Grad Celsius. Ein besonderes Kuriosum Ushuaias sind jedoch seine vierbeinigen Bewohner. Neben 50.000 Menschen gehören 16.000 Hunde verschiedenster Rassen zum Alltag dieses Ortes. Das bedeutet auf jeden dritten Einwohner ein Hund. Und die Probleme werden nicht weniger. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur. Der Hauptgrund aber immer der gleiche. Junge Hunde sind niedlich, solange sie so klein sind. Doch wenn sie größer werden, sind sie ihren Besitzern oftmals nur noch lästig. Dann entledigt man sich der Verantwortung und überlässt den Hund einfach sich selbst. Die meisten haben dabei noch ihr Halsband um. Für Gordo heißt es nun, sich in der fremden Stadt zurechtzufinden. Besonders die vielen Artgenossen, die ohne Leine um den Hals auf der Straße leben, interessieren ihn. Einige dieser Streuner treiben sich im Westenviertel herum. Das Zentrum ist ihr Revier. Zu ihnen gehört die Hundedame Cecilia. Und Casimiro, der Einäugige. Mimi ist noch neu. Wie Gordo ist sie von zu Hause ausgerissen. Aber sie kommt schon gut zurecht. Cäsar ist der Dominanteste der Stadtgänge. Emilia, eine Hündin, lebt jetzt meist am Stadtrand. Sie wird bald Junge kriegen und ist deshalb sehr vorsichtig. Also so langsam kriege ich echten Kohldampf. Zu Hause würde es jetzt Leberpastete geben. War eigentlich gar nicht so übel, der Papst. Für einen dedikatessenverwöhnten Hund ist es schwer, hier einen Knochen zu ergattern. Die Hundebande hingegen weiß ganz genau, wo es was zu holen gibt. Das Stadtzentrum ist nicht ohne Grund das attraktivste Revier für die Straßenhunde. Sozusagen das Reichenviertel. Hier gibt es genügend Restaurants und Imbissbuden mit vielen Leckereien. Da tropft einem ja der Zahn. Der Bekanntheitsgrad der Bande der Stadtzentrums bringt ihnen so manchen Vorteil. Einige Streuner haben die Kunst der Menschen gewonnen. Cäsar zum Beispiel wird sogar regelmäßig gefüttert, sobald er auftaucht. Straßenhunde leben nicht im Rudel, sie sind alle Einzelgänger. Hier muss sich jeder selbst durchschlagen. Und der Frechste und Stärkste bekommt am meisten. Und doch so weit ist Gordo noch nicht. Aber er hat Glück, die üppigen Reste werden sein erstes Mal. Andere sind hier nicht so großzügig. Futterneid ist oft der Anlass für wilde Beißereien. Für einen Neuling kein leichtes Leben auf der Straße. Die Welt der Hunde besteht aus Görüchen. Einige Düfte sind auch Gordo nicht unbekannt. Parfums und Deos, mit denen sich Menschen einsprühen, um sich attraktiv zu machen. Sie sind für Hundenasen eher unangenehm. Das hier riecht schon interessanter. Für Hunde ist das wie Zeitung lesen. Überall und bei jeder Gelegenheit hinterlassen sie ihre Nachrichten. So erfährt jeder, wie alt der Artgenosse ist, der zuletzt hier war. Ob Hundedame oder Macho, ob er gut oder schlecht gelaunt ist und sogar unter welchen Krankheiten er leidet. Mh, duftet sympathisch. Ist wohl eine Hundedame. Oh, oh, ich tippe so ungefähr drei Jahre alt. Irgendwie erkältet die Gute. Außerdem markieren Hunde dadurch ihr Revier. Eine Botschaft für Neuankömmlinge und für Rivalen. Gordos Ankunft hat sich in der Stadt schon rumgesprochen. Sein Duft eilt ihm sozusagen voraus. Cecilia wird als Erste neugierig. Das war wohl nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Gordo ist zwar vorsichtig, aber trotzdem auch selbstbewusst. Er probiert gerne aus, wer der Stärkste ist. Seine Methode? Einfach auf den anderen hinten aufstellen und gucken, was passiert. Und wenn der sich nicht wehrt, wird er auch noch in den Schwitzkasten genommen. Doch nicht jeder Vierbeiner ist hier so friedlich. Für die anderen ist Gordo ein Konkurrent. Casimiro lässt sich das bestimmt nicht gefallen. Gordo erfährt seine erste Laktion. Die Hundebande im Stadtzentrum duldet keinen neuen. Was ist denn jetzt los? Mag mich hier niemand? Ich hab doch gar nichts gemacht! In der Nacht sind eigentlich nur noch die unterwegs, denen der Magen knurrt. Auch die scheue Emilia kommt lieber erst in die Stadt, wenn es dunkel ist. Während Emilia bloß ein paar Reste findet, schlagen sich andere im Restaurant den Bauch voll. In Argentinien isst man besonders gerne Fleisch. Das hat hier Tradition. Was für die Italiener die Nudeln sind und die Chinesen der Reis, das ist für Argentinier ein Stück Fleisch. Ich habe Hunger. Eine Tradition, von der auch die Hunde profitieren. In einem Steakrestaurant werden pro Saison über 50 Tonnen Fleisch verspeist. Ein paradiesischer Zustand für die Obdachlosen Vierbeiner. Für sie fallen eine ganze Menge Knochen und Reste ab. Nur Gordo hat nichts abbekommen. Und einen geeigneten Schlafplatz zu finden, ist auch nicht leicht. Ein Kuschelkissen gibt es jedenfalls nicht. Naja, besser als nichts. Während die Stadt in den Schlaf sinkt und die meisten Lichter erlöschen, erblickt im Schutz der Dunkelheit neues Leben das Licht der Welt. Kaum ist ein Hundebaby geboren, wird es sofort von Emilia saubergeleckt. Und dann machen sich die Kleinen auch instinktiv daran, die Zitzen zu finden, um mich zu trinken. Zwei Mal im Jahr können Hunde Junge kriegen. Normalerweise zwischen zwei und acht Welpen. Ihre Mutter hat ja nur acht Zitzen. Aber in dieser Nacht werden neun Welpen geboren. Da ist das Gedränge beim Milchtrinken groß und einer kommt hier immer ein bisschen zu kurz. Emilia stehen schwere Zeiten bevor. Sie muss genug Futter finden, um alle in Zukunft satt zu kriegen. Inzwischen sind ein paar Tage vergangen. Gordo treibt sich noch immer im Stadtzentrum herum, obwohl ihm die wilde Meute immer wieder klar macht, dass sie ihn hier nicht will. An diesem Morgen ist ein großes Luxusschiff angekommen. Das bedeutet, 2000 Menschen mehr in der Stadt. Bei dem Getöse beim Einlaufen werden auch die müdesten Schlafmützen urplötzlich hellwach. Die Passagiere vom Schiff sind fremd und ahnen nicht, dass es hier so viele Hunde gibt. Die Vierbeiner wissen die Gunst der Ahnungslosen auszunutzen. Das Begrüßungskomitee macht sich sofort auf den Weg. Über eine Viertelmillion Touristen kommen jährlich nach Ushuaia, um das Ende der Welt zu sehen. Wo kommen die denn alle her? Sobald ein Kreuzfahrer anlegt, kommen die Streuner in den Hafen. Die Hunde hier sind absolute Profis. Die wissen ganz genau, bei wem es was zu holen gibt. Casimiro versucht's mit seinen tollen Augen. Cecilia guckt sich einen aus und bleibt dann dran. Und wartet auf den günstigsten Moment. Und Cäsar kriegt wieder mal den besten Happen. Gordo beobachtet das Geschehen sehr gespannt. So lernt er, wie es am besten geht. Oh, der hat was zu futtern. Schließlich findet auch Gordo einen Touristen, der ein Herz für Hunde hat. Solch eine Gelegenheit lässt sich Gordo nicht entgehen. Am besten die Beute gar nicht aus den Augen lassen. Doch Touristen sind hier nur auf der Durchreise. Und sie wohnen dort, wo Vierbeinern der Zutritt verboten ist. Hey, warum darf ich denn nicht rein? Nein, das ist ja gemein. Die vielen Hunde sind der Stadtverwaltung ein Dorn im Auge. Darum hat man beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen. Ein Hundefänger soll dem wachsenden Problem der Straßenhunde Einheit gebieten. Und er muss nicht lange suchen. Mimi hat die Gefahr gleich erkannt. Nur Gordo hat noch gar nicht gemerkt, was das für eine gefährliche Situation ist. Was willst du denn? Willst du spielen? Fang mich doch! Mich kriegst du nicht! Kaum ist Gordo der einen Gefahr entronnen, kommt auch schon die nächste. Ausgerechnet jetzt muss der dominante Cäsar Gordo über den Weg laufen. Die anderen wissen schon, was gleich passieren wird. Denn Cäsar versteht keinen Spaß, wenn sich ein anderer Rüde in seinem Rüde breitmacht. Gordo zieht wieder einmal den Kürzeren. Cäsar konnte sich behaupten. Eine Warnung auch an die anderen. So ein Straßenhund legt am Tag ca. 40 Kilometer zurück. Für den Hundefänger kein leichter Job. Mit Hektik erreicht er hier gar nichts. Ausgerechnet jetzt ist Emilia im Stadtzentrum. Ihre Jungen hat sie im Versteck gelassen. Um alle satt zu kriegen, riskiert sie auch am Tag die Futtersuche. Wenn ihr jetzt was passiert, gar nicht auszudenken, was das für ihren Nachwuchs bedeuten würde. Doch der Hundefänger hat einen anderen im Visier. Er nimmt, was er kriegen kann. Oh, so einer ist das. Und wer die Schlänge einmal um den Hals hat, für den gibt's kein Entkommen. Cäsars Schicksal ist besiegelt. Emilias Junge liegen warm und trocken. Aber sie sind immer hungrig. Endlich ist die Mutter wieder da. Erst durchzählen und dann kann's losgehen. Für Emilia ist es gar nicht so einfach, neun Welpen durchzubringen. Alle vier Stunden werden sie gesäugt. Jedes Junge braucht ca. einen Liter Milch am Tag. Eines der Kleinen hat immer ein bisschen Pech bei diesen Gedränge. Gordo schlägt sich noch immer im Stadtzentrum durch, obwohl ihm die anderen immer wieder klar machen, dass er hier besser abhauen soll. Himmel, geht das schon wieder los? Schließlich muss sich Gordo der Übermacht beugen und das lukrative Revier verlassen. Nicht weit von hier, im Villenviertel, wohnt man sozusagen auf der Sonnenseite des Lebens. Dort leben die, die es sich leisten können. Oder sie tun zumindest so. Na, denkst du an der Leine, du arme Wurst? Die meisten Hunde, die hier wohnen, sind sozusagen berufstätig. Ihr Job ist es, Wache zu halten und jeden Eindringling zu melden. Bei einem werden sie ganz besonders misstrauisch und einige Wachhunde auch aktiv. Wie überall auf der Welt, so ist auch hier der Briefträger der ganz spezielle Feind der Hunde. Denn dieser Mensch kommt nicht wie normaler Besuch, der klingelt und vom Hausherrn begrüßt wird. Er kommt einfach rein, rödelt irgendwie rum und geht wieder. Das lässt doch beim bravsten Hund die Alarmglocken läuten. Solange die Meute hinterm Zaun oder angebunden ist, zeigt der Briefträger großen Mut. Aber einige der Wächter fühlen sich nicht nur für ihr Revier zuständig. Sie schießen manchmal über ihre Grenzen hinaus. Ja, gib's ihm! Wegrennen ist hier absolut falsch. Und das macht Hunde erst recht beißwütig und weckt ihren Jagdinstall. Komischer Typ. Der Jagdinstinkt ist Hunden angeboren. Und in dieser Stadt gibt es einige, die auf ganz spezielle Worte warten. Die Reifenbeißer von Ushuaia. Das ist so eine Spezialität der Hunde dieser Gegend. Eine hat mal damit angefangen und nun machen es alle nach. Einige flippen schon aus, wenn sie nur das Geräusch wahrnehmen. Die drehenden Räder und der Geruch an den Reifen sind vermutlich der Grund dafür. Ein Hund von dieser Größe kann bis zu 50 Stundenkilometer schnell rennen. Aber es ist ein gefährlicher Sport. Und immer wieder kommen Reifenjäger unter die Räder. Und die, die einen Unfall überleben, tragen oftmals bleibende Schäden davon. Ganz in der Nähe, am Supermarkt, erbettern alte und kranke Hunde ihr Gnadenbrot. Und das hat auch Gordo inzwischen herausgefunden. Hunde haben über 20 Milliarden Richtzellen und können den Geruch innerhalb von einer halben Sekunde erkennen. Und das ist ein hundertmal besserer Geruchssinn als der des Menschen. Egal, ob die Ware eingeschweißt ist oder in Dosen, Hunde riechen, ob es für sie lohnt ist. Dem verführerischen Duft zu folgen, ist für Gordo ein Kinderspiel. Aber wie kommt er daran? Ich trau mich einfach. Jetzt oder nie. Hey, Merino! Die Menschen leben oftmals im Überfluss und werfen einfach achtlos weg, was so manch verwahrloster Kollege, naja, noch gut gebrauchen könnte. Und dabei sind die Menschen hier so gemein, dass sie die begehrte Ware in einer Höhe lagern, die für Hunde fast unerreichbar ist. Aber die Straßenhunde haben schnell gelernt. Die Seitenstraßen werden nicht angefahren. Dort wird der Müll gesammelt und an einem festen Platz deponiert. Genau in diesem Moment kommt hier alles, was vier Pfoten hat. Gordo hat seine erste Beute in Sicherheit gebracht. Doch der Karakara hat den Happen auch schon gesehen und wartet auf einen günstigen Moment. Die Nahrungskonkurrenz ist groß. Nicht nur die Hunde, auch zahlreiche andere Kulturfolger versuchen, einem die Beute streitig zu machen. Und dass Hunde keine Katzen mögen, hat auch seinen Grund. Wie bei allen, hier geht's nur ums Fressen. Aber seine Beute sollte man nicht allein lassen, nur wegen so einer Katze. Erst recht nicht, wenn die Konkurrenz fliegen kann. Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Hey, du Dieb! Das ist meine Wurst! Wieder einmal ist Gordo leer ausgegangen und hat dazugelernt. Doch so langsam wird es Zeit, dass er sich durchsetzt. Am Stadtrand hat Emilia immer noch ihr Versteck. Ihre Welpen sind inzwischen über vier Wochen alt. Das ist die wichtigste Zeit für junge Hunde. Jetzt lernen sie, wer zu ihrer Familie gehört und wie sie sich verhalten müssen. Überall versuchen sie, ihre Kraft zu erproben. Die Hundekinder lernen dabei spielerisch fürs Leben. Und die Schwächsten werden immer etwas abgedrängt. Hier am Rande der Stadt leben die, für die am wenigsten bleibt. Da wohnen im wahrsten Sinne des Wortes arme Hunde. Eine Gegend, wo man leicht die Orientierung verlieren kann. Auch Gordo ist hier gelandet. Was ist denn das für eine Gegend hier? Wer hier geboren wird, lernt schon von klein auf, sich durchzubeißen. Gordo scheint noch sehr selbstbewusst. Und doch das Setzen seiner Duftmarke wird hier als Provokation betrachtet. Es gibt für alle viel weniger zu holen. Und das Wenige wird unter einer noch größeren Meute verteilt. Und wenn es dann wirklich einmal ein Leckerbissen gibt, wollen alle etwas abhauen. Dann ist hier der Teufel los. Und es geht regelrecht um die Wurst. In diesem Viertel herrschen rauhe Sitten. Und wie überall scheint Gordo auch diesmal nicht sonderlich willkommen. Hey, was ist das denn für eine Hübsche? Was ist denn mit der los? Zicke. Die Hunde-Damen lassen sich hier nicht alles gefallen. Und auch die Machos sind sehr aggressiv. Das Zähne-Zeigen-und-Lecken heißt so viel wie, komm nicht näher, sonst beiß ich dich. Ist mir zwar lieber, wenn es nicht so weit kommt, aber hau lieber ab. Der Konkurrenzkampf ist im Armenviertel am härtesten. Da geht es nicht nur um Futter, sondern auch um die Hunde-Damen. Rivalen werden gnadenlos angegriffen. Für Gordo kann es schnell gefährlich werden. Äh, ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, der ist ja doof. Und der ist auch schon wieder die Zicke. Doofe Gans. Hier findet Gordo keine Freunde. Und jetzt ist schon die ganze Meute hinter ihm her. Um sein Fell zu retten, muss er schnell das Weite suchen. Wer sich in der Stadt nicht durchsetzen kann, dem bleibt nur die Flucht in die Wildnis. Sozusagen zurück zu den Wurzeln. Hier muss er nun beweisen, wie viel Wolf noch in ihm steckt. Ach, endlich in Sicherheit hab ich noch mal Schwein gehabt. Am grünen Rand der Stadt sind viele Tiere auf Nahrungssuche. Da gäbe es auch für Gordo etwas zu holen. Aber als Haushund mit schlechter Ausbildung hat er ja keine Ahnung, wie man sowas macht. Auch der Karakara hält hier Ausschau nach einer Mahlzeit und hat schon eine interessante Beute im Visier. Ein kleiner Tukutuku, der in der Nähe seiner Höhle nach leckeren Gräsern sucht. Aber der Nager ist sehr aufmerksam und auf viele Gefahren vorbereitet. Obwohl Gordo ein ausgezeichnetes Gehör hat und auch sein Geruchssinn sehr gut ausgeprägt ist, hat er keine Chance, den Nager zu erbeuten. Der hat ein weit verzweigtes Gangsystem mit vielen Ein- und Ausgängen. Ich riech dich doch und hören tue ich dich auch. Die brütenden Vögel haben auch schon lange mitgekriegt, dass hier ein Störenfried rumrennt. Sie entfernen sich schon vorher still und leise vom Nest und schlagen dann Alarm, um ihren Feind wegzulocken. Diese Taktik geht auf. Völlig abgelenkt jagt Gordo am Nest vorbei. Auch in der Wildnis sind die Aufgaben zum Überleben schwer lösbar für einen Haushund, dem viele Urenstinkte verloren gegangen sind. Aber Gordo gibt nicht auf. Hier strömen viele fremde Gerüche und Geräusche auf ihn ein. Doch da ist wieder der knurrende Magen. Was ist denn das für ein Vieh? Dass Hunde Fische fangen, ist eher selten. Aber Gordo lässt nichts unversucht. Hier gibt es eine Menge Forellen, die immense Ausmaße erreichen können. Aber Gordo bleibt wieder glücklos. Ach, wieder nichts. Überall auf den Weideflächen im Hinterland gibt es Guanacos. Tiere, die hier eigentlich keine natürlichen Feinde haben. In letzter Zeit jedoch gibt es hier viele verwilderte Hunde, die aus den umliegenden Ortschaften kommen. Von ihrer Körpergröße und Beißkraft sind diese Hunde besser ausgerüstet als Gordo. Nur Ausdauer haben sie keine mehr. Und Guanacos zu jagen, ist ihnen viel zu anstrengend. Sie haben sich deshalb auf eine ganz bestimmte Beute spezialisiert, die hier überall und reichlich zu finden ist. Schafe sind nicht so schnell und meistens im Gehege eingesperrt. Für sie gibt es keine Fluchtmöglichkeit. Aber die wilden Hunde finden den Eingang sehr schnell. Dieser Situation zu entkommen, ist für das Schaf fast aussichtslos. Einzige Möglichkeit, sich einfach hinlegen und totstellen. Eine Taktik, die jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Sehr zum Leidwesen der Gauchos. Bei ihren Kontrollen finden sie immer wieder tote Schafe, die den verwilderten Hunden zum Opfer gefallen sind. Zum Glück ist gerade ein Gaucho in der Nähe. Das Schaf hat noch mal Schwein gehabt. Gordo hat zwar noch seinen Jagdinstinkt, aber sein Gebiss reicht nicht aus, vernünftige Beute zu machen. Maximal ein kleiner Nager könnte ihm zum Opfer fallen, aber dafür fehlt es ihm an Jagdtaktik. Nur hinterherrennen reicht nicht aus. Bei vielen tausend Schafen auf einer Farm sterben Tiere auch aus Altersgründen oder an einer Krankheit. Und wo tote Tiere sind, sind auch die Aasfresser nicht weit. Kondore, Füchse und Karakaras nehmen, was sie kriegen können. Das ist auch Gordos Chance und einzige Möglichkeit, mich zu verhungern. Endlich was zu futtern! Da die wilden Hunde so viele Schafe getötet haben, machen die Gauchos Jagd auf sie. Dabei machen sie keine Unterschiede. Wer am Kadaver gesehen wird, ist schuldig. Während Gordo sich endlich satt frisst, kommt das Unheil immer näher. Er ahnt nicht, in welcher Gefahr er schwebt. Riecht nach Mensch. Ach so, bloß ein Gaucho. Kenne ich ja. Der tut mir nichts. Gordo hat mit Menschen noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und weil er Menschen vertraut, sucht er auch nicht das Weite. So hätte Gordos Leben enden können. Aber zum Glück ist es anders gekommen. Ich habe mich nur totgestellt. Der Gaucho hat ja daneben geschossen. Gordos Abenteuer ist gut ausgegangen. Doch anderen Hunden, die in der Wildnis leben, bleibt dieses Schicksal in der Realität oft nicht erspart. Durch Umzüchtungen sind vielen Hunderassen überlebenswichtige Instinkte der Wölfe verloren gegangen. Ein Hund wie Gordo wäre in der Wildnis nicht überlebensfähig. Er ist immer auf die Nähe der Menschen, auf ihre Fürsorge oder ihre Abfälle angewiesen. In Wahrheit war Gordo einer von Ushuayas Straßenhunden und wurde extra für diesen Film ausgesucht. Gordo lebt heute und bis ans Ende seiner Tage bei seinem Tiertrainer Pablo. Und in Ushuayas ist Gordo mittlerweile so bekannt wie ein bunter Hund. Auch die neun Welpen von Emilia haben alle überlebt. Aus ihnen sind inzwischen stattliche Hunde geworden. Tja, das war's, Leute. Mein Leben mit Menschen und ohne Menschen. Aber wenn ihr mich fragt, Hunde und Menschen, die gehören einfach zusammen. Doch was Gordo wirklich denkt, weiß nur er selbst und verrät es maximal seinen Artgenossen. Wir verraten schon mal, dass wir Montag die Spur eines Duftjägers aufnehmen. Und gleich nach dem Arte-Journal erkunden wir die wenig wohlriechende Seite New Yorks. Manhattans Müll und die Mafia.